Der 9. November steht für viele historische Ereignisse. Ein ganz besonderes historisches Ereignis ist aber der 9. November 1938, die Reichskristallnacht. Das war der Beginn der systematischen Verfolgung von Jüdinnen und Juden. Sie endete im Holocaust. Die Linke sagt Nein. Nein zu Faschismus. Nein zu Antisemitismus. Es ist verlogen, dummdreist und geschichtsvergessen, wenn ausgerechnet CDU und CSU eine gemeinsame Resolution aller im Bundestag vertretenen Parteien verhindern wollten. Ihnen ist das zum Glück nicht gelungen. Es ist gut, dass es eine gemeinsame Resolution aller im Bundestag vertretenen Parteien gegen Antisemitismus gibt. Die Linke wird hier, heute und überall laut gegen Antisemitismus aufstehen.